Morgen nach Berlin und schönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Nordrhein-Westfalens Innenminister Jäger hat scharf auf die Übergriffe reagiert, die es in der Silvesternacht rund um den Kölner Hauptbahnhof auf Frauen gegeben hatte. Wir nehmen es nicht hin, dass sich nordafrikanische Männergruppen organisieren, um wehrlose Frauen mit dreisten sexuellen Attacken zu erniedrigen, zitieren ihn zwei Kölner Zeitungen. Zu den massiven Übergriffen sagte der stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, plickert im ZDF-Morgenmagazin. Es hat eine völlig neue Qualität. Wir kennen dieses Antanzen von Wochenende nachts, wo insbesondere alkoholisierte Personen angegangen sind, um sie zu berauben. Dass es jetzt noch in Verbindung mit Sexualdelikten geschieht, ist eine neue Qualität. Und es ist ungeheuerlich und unfassbar, muss man deutlich so sagen.